Wisst ihr was? Wir haben noch einen Punkt. Ich geh jetzt essen. Essen! Hi! Und wir nehmen... Euch beide. Gut geraten. Motivation! Ach, mir ist grad was eingefallen. Ah, so eine schnellere Reise. Guck mal. Ah! Da... Die Quest ist immer noch neu. Ah, die Statuen dahinten. Oh, ich hab nur 300 Punkte, dann ist auch egal. Oh, ich hab nur 300 Punkte. Hat er nicht geredet? Hm, nicht? Hm. Ich werde es versuchen, ich kann aber gar nichts hören. Ich hör, ich hab sie ja mal gehört. So ist es ja nicht. Ich hör sie halt jetzt nicht mehr. Ja. Hä? Das werde ich versuchen, ich bin irgendwas auf euch angewiesen. Das werde ich versuchen! Gut. Aha. Heidoo! Okay. Wir sammeln derzeit Informationen über die genaue Aufstellung der kaiserlichen Armee, aber uns ist noch wie immer vieles unklar. Jegliche Informationen, die ihr diesbezüglich beschaffen könntet, wären eine große Hilfe. Wir sammeln Informationen über die Aufstellung der kaiserlichen Armee. Ein Ritter der Seiros könnte einiges darüber wissen. Okay. Hi. Ich bin interessiert zu wissen, dass der Künstler der Künstler ist. Warum würde ihre Armee wünschen Künstler? Ich muss darüber nachdenken. Die Künstler liegen am Anfang der Künstler, die Künstler und der Künstler. Die Künstler liegen am Anfang der Künstler und der Künstler. Tja, wie gut, dass wir die Wappensteine beschützt haben. So, jetzt muss ich aber schlafen und vielleicht später eine gute Nacht. Dankeschön. Dir auch. Schlaf gut. Danke, dass du da warst. Heidoo! Ja, kann ich verstehen. Ja, kann ich verstehen. Ja, da hinten. Heidoo! Sooo... Geschleunigen wir das Ganze doch mal ein bisschen. Ich muss da hinten hin. Hi, du! Ich bin fast zu klein, würde ich ja mehr halten. Das war's. Ja, das war's. Okay. Wow! Interessant. Der Letzte herrscht dort definitiv ein regeres Kommen und Gehen als üblich. Vielleicht können wir jemanden aus der Kaiserlichen Awe gefangen nehmen und so an neue Informationen gelangen. Vielen Dank! Easy! So. Fertig! Ja. Ich bestimme. Hey, did you? Hey, Papa! Papa! Oh! Ich krieg' ich besser als A+. Hm! Papa! vielleicht werden wir es noch aussehen wir bringen hier noch ein bisschen vernunft bei hey hey Yay! Potpot! I don't know. Oh, okay. Wow. Richtig gelohnt. Ich muss dich etwas fragen. Was denn? Einer deiner Studenten fordert mich ständig zum Kampf heraus. Dabei kann er doch noch nicht einmal ein Schwert richtig halten. Er verschwindet meine und seine Zeit. Was soll ich tun? Erteile ihm durch den Kampf eine Lektion. Gib ihm einen dezenten Hinweis, dass der Preis des Ruhms lebt damit. Erteile ihm durch den Kampf eine Lektion. Motivation! Du möchtest wissen, was Selvang so macht. Ach, will ich das? Was ist passiert? Ja. Hi. Wer war denn das Mädchen gerade? Wieder Ärger mit den Frauen? Wer war das Mädchen? Ja. 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 Wichtig. Ich habe nicht groß drüber nachgedacht. Mein Vater hat mir nicht davon erzählt. Ich habe nicht groß drüber nachgedacht. Und wie ist das bei den Adligen? Das ist traurig. Das ist sad. Oh ja. Ich glaube sie wollen nur in den Adel einheiraten, dass du mich etwas zu misstrauisch. Ich glaube sie wollen nur in den Adel einheiraten. Ich weiß nicht, dass du das verstehst. Diese Mädchen nicht lieben mich. Sie lieben die Potenzialen der mich lieben. Wenn ich eine Mädchen heiratet habe und sie eine Kindheit mit einer Kress gibt, dieser Kind wird der nächste Head der Haus Gautier sein. Aber inzwischen, mit den Blödenlängen zu werden, gibt es viele Kinder, wie mein Bruder, mit kein Hoffnung. Und jetzt denkst du anders darüber. Ich glaube. Das ist richtig. Du wißt du was? Ich bin ein bisschen stolz. Die ganze Zeit, du wirst wirst, du wirst nie wirst du eine Kress. Du bist frei. Niemand hat dich versucht. Ich liebe dich. Ich liebe dich dafür. Du bist ein besonderes Brat, der sollte das Kress payen. Ich habe wirklich das, dass du einmal den gli Anteil auf dem Gesicht gesehen hast. Ich habe mir gefragt, Prof. Nein, aber trotzdem, die jungen Frauen lieben ein schwarzes und verwirrendes Nobel. Unterstützung Level B! Motivation! Charme hat Geburtstag! Tee! Sorry, hab nicht mehr viel Tee. Verlässlichkeit! Aufsicht auf der Brücke. Das Paar im Hof. Erinnerung mit Herzrasen. Aufsicht auf der Brücke? Ja. Knappe Angelegenheiten. Mysterien des Klosters. Ich möchte mehr wissen. Knappe Angelegenheiten! Knappe Angelegenheiten! Ja, es ist ok, es ist ok. Perfecht! Hi. Was geht? Hi. Genau jetzt! Ich greif dich an! Das war sehr gut. Danke. Ich werde wiederholfen, wenn ich frei bin. Yay! Schön! D-Mob-Z Ja Wohoo D-Blows Das hat der Jungsvorteil, aha. Seminer! Nein, ich will auch was lernen. Anna, mach mal. Was, Jo? Gut. Motivation. Ich bin bereit. Moment noch. Ja, ja. Ich bin bereit. 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 Und ich bin bereit. Der Einzige, der sich auf den Krieg freut. Die Leder daraus bloß nicht die Beherrschung, überstürzt sie nichts, wir stehen das gemeinsam durch. Die Leder daraus bloß. Die Leder daraus bloß.